So und jetzt, wirst du mir jetzt mochen? Oder unten? Ach die Scheiße. Auch mal Kasperkopf fließen. Was hast du das denn für'n Super-Zoom? Alter. Hä? Was denn? Der Zoom ist so krass bei dem Charfschussgewerb irgendwie. Voll geil. Ich find das richtig gut. Hä, der fliegt einfach runter. Der ist Level 20, das ist doch keine Bedrohung für den hier. Ja, ja. Der räumt ja alleine auf und wir haben die Allianz-Versicherungen hier oben am Start. Es gibt noch andere Versicherungen. Allianz ist die beste. So, okay, tschüss. Kannst du noch da unten? Okay. Das ist voll abgefuckt irgendwie. Die Kamera dreht sich so komisch. Wieso? Ja, als wenn das irgendwie so, weiß ich nicht, so nach links und rechts gehen würde. Ja, aber dabei ging es eigentlich nur nach unten. Ich hab irgendwie nur noch die Sniper, aber ich kann die anderen gar nicht mehr aktivieren. Y einfach nur, oder? Ja, ja. Da wechsel ich grad zwischen zwei Snipern, glaub ich. Ich bin mir nicht sicher. Äh, da musst du aber Y gedrückt halten. Auch da kommen, glaub ich, die Sniper. Echt? Irgendwie... Bin ich auch noch richtig? Seid ihr vor mir oder hinter mir? Hä, bin ich im Kreis gelaufen? Hä, ich bin hinter dir. Ich glaube, wir müssen... Warte mal, müssen wir da hoch? Ne, von da kommen wir doch, oder? Hier, der Ben geht hier unten lang. Obwohl der Ben... Ne, hier geht's lang. Ich hab keine Ahnung. Ach, der Ben hier, hier, hier müssen wir lang. Glaub ich. Ja. Achtung, Arbeitszone. Ne, find ich nicht gut, da geh ich nicht rein. Such doch mal einen richtigen Job. Ähm, Ben? Ben, Ben, ich hier... Ben, ich hier... Ja, warte. Okay, okay, okay. So. Soll ich denn mal durchlaufen? Meinst du denn jetzt alles weg, oder wat? Tobin, nein! Juhu. Ja komm, das kann ja nicht so schlimm sein. Alles klar. Hier, wiederbeleben. Hat doch geklappt. Geil. Ich bin ein richtiger Held. Er gab sein Leben und alles. Oh. Ähm... Das hier sieht echt... Das hier sieht echt... Das sieht wirklich vertrauenserweckend aus, ja. Haben wir einen Aufzug gefunden. Nein. Ihr seid gut. Fast so gut wie Luis. Nein, nein, du. Tobi, was sind wir? Nuh, guuuuut. Hier sieht's wirklich verdächtig nach Bossfight aus, oder irgendwas? Hey, wir haben jetzt einen Aufzug gefunden. Der Aufzug funktioniert nicht. Der Strom ist wohl aus. Toll. Ja, natürlich. Ah, ne Augehör schon wieder. Ach, nö. Ach so, nur ein kleines Auge. Nein, ich hab keine Muni mehr. Boah, von links auch noch. Wow. Wow. Alter. Hast du, Ben? Auge. Du bist auf ne Auge. Ich bleib hier hinten. Ich hab nämlich... Ich hab ein paar Sniper am Start. Da kann ich ganz gut aufräumen von hier hinten. Wie ist der gefallen? Der Ben ist tot. Ben, wo bist du? Ben? Oh, ist oben links. Beim Auge. Ben! Vorsicht, Auge. Er steht wieder. Sehr gut. Boah. Was macht ihr denn? Wie viele da grad auf einmal waren. Bisschen unverschämt. Nächster Auge. Oh. Nächster Auge. Nächster Auge. Ja. Ich bin dir gefallen. Ben, was machst du denn? Hab ich gesagt, wir sind schlecht, ne? Aber du? Das Auge ist weg. Das Auge ist weg. Ja. Ja, da muss Ben holen. Muss ne, muss ne, Ben. Tony, Tony. Den Servitor zu erledigen hat den Strom wieder angestellt. Also wenn ihr so... Versuch mal bitte nicht zu sterben, okay? Vielleicht bekomme ich dann ja irgendwann mein Verstärker. Ey. So, wer ist nach oben jetzt? Boah. Boah. Mann, ey. Geil. So, Fahrstuhl ist da, Freunde. Okay, tschüss. Rückzug! Rückzug! Sind alle eh doch tot. Aufzug. Bang! Spiel keine Spieße, verdammt! Geil, Auge. Geil, Auge. Ciao. Lass mal fett nicht. Muni verschwinden. Der Ben merkt es nicht. Er bemerkt es nicht mehr. Oh, dabei wollte ich zur Aufzugmusik tanzen. Oh. Jawohl. Du noch mal, was soll das Haspa Kopfschießen hier wieder! Voll gut Ah buf, er fahr da gerade nach oben zu Hetherrn, wie hieß ne? Ja, Ketherrn, Hetherrn, Horthorn, Horthor, Horthorsescue Zu Katherine Belinda Horthescue Da er Britin Ich glaub hier geht's raus Jai, verschen wirft! Hä? Ohja! Hoopron! Ohja! Was sieht's cool aus! Hä? Aber nicht das schleimigste aus ihrem Mund! Bitte was? 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 Hä? Hä? Wir müssen hier garnicht hin! Boah, Altarr! Kann ich Waffen wegstecken, irgendwie? Nee, ich glaub' nicht Wow, ah! Boah! Sieht 헤il aus, ne? Das sieht schon sehr nice aus! Eines Tages wird das alles dir gehören! ddd. Runterspringen Oh, jetzt ist das Flughafen Bär To, to, Tobi Güter gefallen To, to, Tobi Ich bin, ich bin, ich kann nicht wiederbeleben, geil Ja geil, hi Boah, das ist aber echt cool hier Kann man auf den Seil nach unten laufen? Warte mal, wie geht das? Muss ich wieder, wiederbeleben? Nee, das geht nicht Okay, geht nicht Okay, tschau Ich bin auch gefallen Ich bin auch gefallen Geil Okay Manchmal frage ich mich, ob Mitspieler einen für Idioten halten bei solchen Aktionen Ich bin mir nicht sicher Ich glaube, der Ben kennt uns bestimmt Es muss einfach Mitleid sein, was ihm hier mitlaufen lässt Hä, wer ist das denn? Buch Oh, eine Zwischensequenz Ladebildschirm Ah, jetzt, oh Du, 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 du Du hast es geschafft Da schuldet Luis mir wohl Geld Okay Mal sehen, ob das funktioniert Wenn ich die Anleitung richtig verstehe Da kommt ein Signal rein Hüter Die Stadt ist verloren Sollte im System noch Licht übrig sein Treffen wir uns auf Titan Seid stark Da können wir ja wieder gehen, oder? Hm Sarwala lebt noch Wenn wir jetzt aufbrechen Keiner geht nach Titan Flüchtlinge sind auf dem Weg hierher Die Rotlegion ist auf der einen Seite, die Gefallenen auf der anderen Aber wir haben unsere Kräfte zurück Und wenn wir die Stadt zurückerobern Deine Stadt ist weg Hoffnung Wir kommen zurück Und zwar nicht allein Du weißt, wo du mich findest Es tut mir so leid Ich muss immer an Muttermale denken, wenn ich die jetzt sehe Ich muss immer so Kennst du von Orson Powers? Warze! 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 So geht es mir die ganze Zeit, wenn ich die sehe Ja, ist halt echt so Es tut mir so leid Ich will die Stimmung ja nicht kaputt machen Das ist echt schön, aber Warze! Oh Oh Du würdest uns beiden Zeit sparen, wenn du das hier beenden würdest Für jemanden, der sich Sprecher nennt, hast du sehr wenig zu sagen Ja Offensichtlich konnte einer deiner Hüter sein Licht zurückerlangen Du sagst, du hast keine Macht über den Reisenden. Und jetzt? Das erkläre es mir, Sprecher. Das Licht lebt überall. In allen Dingen. Du kannst es aufhalten, versuchen es einzufangen. Doch das Licht findet seinen Weg. Und der Reisende wird sich schützen. Der Reisende. Jahrelang untersuchte ich ihn. Die Welten, die er berührte. Seine Macht über Leben und Tod. Wir sind nicht allzu verschieden, dein Reisender und ich. Du hast nichts mit dem Reisenden gemein. Nichts. Du denkst, du hast Macht. Kontrolle. Ich kenne Leute wie dich. Jemand wie du fängt klein an und wird klein enden. Wenn der Reisende wirklich selbst die Menschheit auserwählt hat, dann kann ich selbst nehmen, was mir gebührt. Das Licht an mich reißen und das System in Schutt und Asche legen. Nur wer vom Reisenden auserwählt wurde, wird im Licht wieder gebrochen. Ja. Das weiß ich. Deshalb eroberte ich deinen Planeten und ließ dich bisher am Leben. Der Reisende wird mich auserwählen, Sprecher. Und du wirst mir sagen, wie... Der Reisende wird mich auserwählen. Der hat ein leichtes Augenproblem, hat wahrscheinlich einen Gerstenkorn oder so, aber... Ne, Cade ist der Typ, der da hing. Ich finde den anderen cool. Ja, das stimmt. Aber ich fand den anderen, seinen Hiwi, seinen Komplize quasi, den fand ich noch geiler. Der ist aber so ein bisschen aus wie eine Kackwurst an der Rüstung. So ein bisschen zusammengeführt. Guck mal, der wird wieder mit seinem kleinen Flugomobil. So. Titan. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich die teuren Japaner. Neue Welt und Mission verfügbar. Titan ist ein Mond der Saturn. Er wurde um goldenen Zeit... Ich finde es gut, dass man lesen kann und man kriegt sofort eine Granate reingemoffen und wird sofort beschossen. Man hat richtig Zeit zu lesen. Toll. Mein Stern aktualisiert. Cool. Eat my credits. You fuckers. Eat, lad. Come to me. Come, Christian Asshole. I want to give you something. Merry Christmas. Vielleicht soll ich schon hier auf einmal wegreißen. Ich glaube, wir kriegen hier nicht mehr viel. Hier? Du meinst, weil wir jetzt High Level 5 sind oder was? Oh, bist du schon Level 5? Geil. Ja, Mann. Hey. Kann ich eigentlich... Ich muss gleich mal gucken, ob ich was... Ob ich mal leveln kann. Weiß ich, was sollt man das hier machen? Ich weiß es doch auch nicht, Tobi. Was ist ein Titan? Ist ein Mond, das... Jo. Ah, jetzt kann ich... So, mal ein bisschen üben. Mein Steiner aktualisiert. So. Wir sind auch bald Level 20, Tobi. Da kannst du mal gucken. Ja. Dann joinen wir auch mal Low Level Spieler und zeigen dir, was wir alles cooles haben. Ja, echt. Ist echt so. Das machen wir dann mal. Hoffentlich gibt es auch ein Wank-off-Emote. Dann würde ich das die ganze Zeit spannen. So. Okay, die verzichten ein bisschen. Die mag ich drüber. Okay. Okay. Ich könnte auch mal danach gucken. Warte mal. 52 Rüstung. Ich hab auch ne 52 Rüstung. Ja. Ja. Reiß ihn fetzen. Okay, ich guck mal... Ich guck mal ganz kurz, was ich äh... gefunden habe vielleicht. 46er. Hmhmhm. 38er. Ich glaub da... Ich hab nicht mehr viel anderes gefunden. Hmhm. Oh, 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 oh. 37 auf 46. Oh, das ist so ungefähr. So, Datemchen. 55. Sonst ist da nix dabei. Ich mein, die Sachen muss man auch mal irgendwann verkaufen, oder? Ich weiß nicht, ob man die irgendwie verkaufen kann. Ich denk aber immer schon. Sonst quillt doch hier irgendwann alles über. Kann man da nicht so einen Ikea-Flohmarkt machen einfach? Da ist dann so ne... Da ist dann so ne Map wie die Farm und alle sitzen auf ihren Deckchen und dann kannst du Sachen kaufen. Alter. Eigentlich wär's cool. Eigentlich wär's cool. Oh. Ah. Nicht gut. Okay, äh, Tobi? Ja, 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 ja. How, how's he is out? Ja, auf jeden. Ich bin, ich bin dabei. Okay, ich guck mal kurz. Ähm, bbbbbbbbb. Der Schlamm. Der Schlamm. Oh, wir haben jetzt, wir haben jetzt mehrere Optionen. Ruf der Heimat. Empfohlene Power 20. Hawthorn sendet eine Nachricht von der Farm, um Flüchtlinge dorthin zu leiten. Hilft ihr das Signal zu verstärken, um die gesamte Region zu erreichen? Wollen wir sowas erst mal machen, oder wollen wir gleich, äh... Also, das ist ein globales Event. Ja, mir ist das, mir ist das wurscht. Mir ist das wurscht. Wir können auch mit der Hauptmission direkt weitermachen. Mir ist das eigentlich egal. Ich weiß nicht, was der von der Hauptmission ist, das ist ja... Das sind alles irgendwie diese komischen Missionen wie eben gerade. Meistens ist das rot, aber wir müssen nach Titanen, hat die alte gesagt. Ja, also das hier ist rot, auf jeden Fall. Wir können auch Titanen, aber wir haben jetzt hier noch drei Missionen, die wir jetzt schon mal wegballern könnten. Achso, ich folge dir unauffällig. So, hier, Ruf der Heimat, Abenteuer, ich aktivier mal. Gibt auch eine Prämie, empfohlene Power 20, die sollte mal hinkriegen. In Ordnung, Devering. Was gibt es als nächstes? Hilft mir, die Botschaft zu verkünden. Wir schicken von der Farm aus ein Signal an alle Leute, die aus der Stadt kommen. Beflogen sind, um ihnen zu sagen, dass sie hier sicher sind. Und wir müssen dafür sorgen, dass es jeder überall hören kann. Verteile ein paar Signalverstärker in der Gegend. Das sollte klappen. Okay, hast du gehört? Signalverteiler verteil... Verstärken, Signalverteiler verstärken, genau. Okay. Ah, da oben. Erster, erster. Gar nicht, gar nicht, Patrouillensignal. Der Knoten hier ist online. Ih! Ih! Das Signal scheint bereits verstärkt zu sein. Das ging ja schnell. Ein Moment. Ich habe gerade einen Haufen Gefallene entdeckt, die auf dem Weg zu dir sind. Sei vorsichtig. Nein. Können wir nicht einmal schnell wegrennen, denn es hat sich doch auch erledigt. Alles klar. Ben läuft, Ben läuft wieder am Mock. Da kommt der Haufen Gefallene. Und hier. Boah. Die Eliminierung des Käptens unter der Kirche muss den Rest der Gefallenen hervorgelockt haben. Ja, natürlich war es. Daran geht es. Wir müssen dafür sorgen, dass das Signal stark ist. Beeil dich besser und platziere den zweiten Knoten. So, der zweite Knoten. Wo kommt der hin? Ich dachte hier gerade irgendwo. Ja, geil. Schön. Was? Hast du gefunden? Ich hoffe, das ist richtig. Früher war es so friedlich hier. Das ist das erste Mal, dass ich seit dem Angriff der Kabale überhaupt Gefallene sehe. Oh, das ist voll weit. Hier ist eine fette Kiste. Erinnert mich an die Stadt. Was? Heute aufsammeln. Nice. Ich hasse dich. Ich wollte zu dir laufen und plötzlich warst du... Es gibt ein anderes Wort für einen Ort, den man nicht verlassen darf. Mit Mauern, über die man nicht sehen kann. Und es wimmelt von Wachen. Soraya, trotz deiner Leistungen hier, glaube ich nicht, dass die Stadt ein Gefängnis war. Ich sage nur, dass die Farm keine Mauern hat. Man kann kommen und gehen, wann man will. Also sorgen wir dafür, dass alle den Weg hierher finden. Bitte mein Hase. Hast du gefunden den Punkt, ja, ne? Ja, jetzt. Es ist mega weit gewesen. Ja, ich sehe das gerade. Ich versuche die ganze Zeit hinterher zu laufen. Ja, was muss ich jetzt hier machen? So, Stadtplan. Hey. Warum musst du schießen? Kannst du nur du das machen? Kann das sein? Ich weiß es nicht. Ich kann nämlich nichts machen hier. Wo bist du denn? Mhhhhh. Ah, warte, warte. Ja, ja, ich sehe es schon. Ich sehe es schon. Okay. Hä, ist aber doof. Wieso? Hä? Kannst du da was machen? Ähm. Ähm. Ne. Hä? Ich sehe den Kreis, aber ich kann hier nichts machen. Hä? 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 Vielleicht müssen wir das alle machen, oder vielleicht muss der Ben das machen? Ne, der Ben macht es auch nicht. Also, ich kann es nicht. Ich auch nicht. Hä? Hä? Bei mir steht Verstärkung, Haus, Haus und Signal. Ist das jetzt Buggy, oder was? Na, das wäre natürlich geil. Hä? Oder haben wir jetzt irgendeinen Punkt ausgelassen? Ne, haben wir nicht. Ne, ne. Ne. Okay, das sieht toll. Wow. Ja, nice. Also, beim ersten konnte ich es. Hier kann ich es nicht mehr. Das ist doch scheiße. Ja, wir wissen, wir sind nicht blöd, Ben. Und du Kreis, wir haben Kreide. Tja, weiß ich nicht. Wollen wir zum nächsten dann, oder was? Ja, der Wechsel lässt sich leider erst freischalten, wenn wir den hier haben. Ach ja, ja. Ich sehe es gerade. Das ist schön. Hä? Schön scheiße. Das ist ja voll dumm. Ich weiß jetzt nicht, was wir machen sollen. Vor allem denkt Ben jetzt wirklich, dass wir blöd sind. Na gut, das ist nichts Neues. Aber wir sind nicht blöd, man. Ben. Naja, vielleicht ein bisschen. Ja, da machen wir irgendwas falsch. Ich weiß es nicht, aber. Was willst du falsch machen? Das Kreis, da drückst du drauf. Eben. Also dachte ich mir halt jetzt auch. Ben ist tot. Wie? Ben ist nicht tot. Was? Ja, ich habe keine Ahnung, was wir jetzt machen. Meine Begonien. Das ist schon wieder zurückgelaufen. Ich bin hier oben. Ich gieße meine Begonien. Ich wohne jetzt hier. So. Ey Wutschi, gib mir dein Geld. Gehen Sie runter, junger Mann. Das ist nichts für Sie. Tja, ich weiß nicht. Das ist jetzt ein bisschen scheiße. So geringfügig. Ja. Kannst du die Mission irgendwie abbrechen oder so? Ich guck mal. Das ist ein bisschen doof. Andere Aktivitäten können derzeit nicht gestartet werden. Hä? Er sagt jetzt, können wir nichts machen oder was? Ruf der Heimat. Darauf kann während laufender Aktivität nicht zugegriffen werden. Ähm. 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 Ja, geil. Haben wir was ausgelassen? Wir haben nichts ausgelassen, ne? Ne. Ne. Bei mir kommt die Markierung da, wo Ben sitzt. Da ist bei mir die Questmarkierung. Ich kann nichts machen. Ja, aber bei mir ist die auch hier. Genau da, wo er sitzt. Ey, wir wissen, dass wir das Ding da hinsetzen müssen, aber es geht nicht. Mensch, Bernd. Tja. Boah, der hätte aber krass. Auch ein Selbstmord hilft? Ich weiß es nicht. Ich hab keine Ahnung. Wie tötet man sich denn selbst? Ich glaub eine Granate ist das ganz gut, ne? Ich springe mal ins Wasser hier unten. Ich komme. Juuu. Ah. Ah. Oh, die Höhe hat mich grad beinahe gekillt. Wir haben mich auch. Kehr wieder um. 0,3. 0,2. 0,1. So. Nein. Kannst du mich wieder beleben? Hä, bist du auch tot? Ja, ja. Ich bin mit dir gerannt. So, mal gucken. Ben. Ich verstehe es. Ich verstehe es nicht. Geht nicht, ne? Ne. Hier unten ist das aber nicht, oder? Ich versuche heute die Waffen. Die Waffen wechseln. Geht auch nicht. Ich, ich. Ne. Also wahrerweise mit X markieren. Komm ich hier hoch? Ja. Ja, was machen wir denn jetzt? Wir kommen nicht weiter. Wir können nichts machen. Ah. Warte, ich versuche mal wieder hochzukommen. Ja, ich hab keine Ahnung. Wir können die Mission auch nicht abbrechen, ne? Ne. Weil das total sinnvoll ist, dass man Mission nicht abbrechen kann. Das ist mega sinnvoll. Um die nochmal neu zu machen, wenn was schief geht zum Beispiel. Weil es geht ja nie was schief. Ja, schön. Hammer! Müssen wir Destiny vielleicht nochmal neu starten oder so? Könnte man mal probieren. Ich mein, wir haben nicht viel andere Wahl, oder? Vielleicht bricht die Mission dann ab. Hm. So. Gut, ich glaub wir müssen eh kurz die Aufnahme unterbrechen, oder? Wegen deinem HD. Ne, ich hab noch ein, äh, eine Stunde 44 Minuten. Das geht schon. Okay. Ja, ja. Also eine Stunde 30. Ja, ich hab keine Ahnung. Ah, jetzt! 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 Hä? Hä? Warum geht das auf einmal? Hä? Eine Art seltsame Rückkunft. Ich hab keine Ahnung. Mann, hör doch mal auf irgendwie zu schließen, Alter. Was los mit dir? Ich glaub er denkt du bist schuld. Toll. Stoppe die gefallenen Aktivitäten. Störgeräte zerstört. Okay. Los, Ben! Los! Wenn du so schlau bist. Mach doch! Aber wo ist die Markierung? Ich seh die grad nicht. Da... Nee. Hä? Siehst du die Markierung? Nee, grad nicht. Ein Störgerät ist schon kaputt. Ben ist schon wieder vor uns. Irgendwie. Was soll das sein? Was soll das sein, dass der so ein bisschen längig ist? Also ein bisschen buggy? Keine Ahnung. Tschüss, ey, bis tschüss. Ich lauf jetzt hier einfach irgendwo rein und tue, als wüsste ich was ich mache. Ist das das Ding hier oben oder wat? Nee. Doch. Nice, Tobi. Sehr geil. Zwei von drei. Geil. Siehste? Geil. Dann ist der nächste. Man muss nur so tun, dass man weiß, was man macht und schon sieht's noch was aus. Wo ist der nächste? Dann ist der nächste. Happy. Geil, Tobi. Geil. Hammer! Ich hab ein klares Signal. Keine Rückhofflung mehr. Hier ist auch toller Empfang. Ausgezeichnete Arbeit. Es ist schön, dass uns normalen Leuten mal ein Hüter hilft. Aber eine Sache wäre da noch. Hab ich diese Koordinaten richtig verschickt? Ich hab sie. Durch den Tunnel am Fluss vorbei. Ach geil. Jetzt ist nur durch den Tunnel am Fluss vorbei, Erik. Ich habe dort etwas zurückgelassen. Ernsthaft, Tobi. Ernsthaft. Tschüss. Der Tunnel am Fluss. Da waren wir doch schon. Ja. Voll gut, oder? Schön, das war hier schonmal... Aber gut. Ja. Ich mein, wir haben es immerhin schonmal gesehen in der vorherigen Folge. Da haben wir euch ja schonmal ein bisschen vorweggenommen alles. Den ganzen Spaß. Ich fühl mich immer beobachtet von Ben und hab immer voll das schlechte Gewissen, wenn ich was falsch mache. Ach Quatsch, nur weil der Level 20 ist? Wir sind schon fast bei deinen Koordinaten, Hawthorn. Ja, genau deswegen. Du. Ich habe dort vor einiger Zeit Vorräte zurückgelassen, als ich überstürzt aufbrechen musste. Vorräte für die Farm? Für die Stadt. Aber als ihr angegriffen wurdet, habe ich alles fallen lassen und bin über den Ozean geflogen, um zu helfen. Die Stadt braucht sie sicher nicht mehr. Aber wir könnten den Kram in der Farm gebrauchen. Dobi, dat ist das Ding, wo wir schonmal aufgeräumt hatten. Nein, nein. Jaaaa... War aber gut, dass wir da schonmal ein bisschen rumgeguckt haben. Die Gefallenen waren schneller als wir. Okay, vergesst die Vorräte. Äh, scheinlich tot. Kümmert euch um die Gefallenen und wir planen unseren nächsten Schritt. Sichere das Gebiet. Uh! Gut, sichere mal das Gebiet. Hammer! Der Hammer Mama, der Hammer Mama. War ja nicht genau einen am Schalen. Der Bereich ist sauber. Wenn du dich bewegst, in der Bauch steht. Mit deinem Bauch fett. In deinem Bauch fett. Ich rechne mit einem geballten Angriff. Dann tut mir doch bitte noch einen Gefallen, ihr zwei. Platziert einen weiteren dieser Knoten, um mein Signal zu verstärken. Und dann verschwindet von da. Platzier mal deinen Knoten. Oh, Wiedereinstieg beschränkt. Oh, 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 oh. Und wir kriegen besucht. Wow, 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 wow. Hä? Hm? Was hast du? Nee, nee. Soll ich was krasses machen, Erik? Was richtig Gutes? Guck mal. Wow! Krass, Tobi! Gut mitgedacht. Keine Feinde da, aber gut mitgedacht. Ja. Ist doch egal. Leverbauer. Gamepad Liga Stenika. Ja. Ja.